Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Tales of Arise. Mit dem Reise von der letzten Folge haben wir den, diesen Insektensugel, den wir schon so lange vor uns herschieben. Ja, weil er halt Level 43 war, als wir hier angefangen haben, bei Level 10 war. Hier noch 12, sowas. Jetzt sind wir selber Level 41. Ja, 41. Da haben wir ihn zwar nicht problemlos, aber doch einigermaßen souverän zerlegt. Und, ja, jetzt geht's weiter, aber ich bin noch überlegen, ob ich vielleicht diesen einen Zögel nochmal eine Chance gebe, der aus 5 Teilen besteht, wenn ich immer noch nicht raffe. Gut, ich hätte ja auch nachlesen können, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht. Gut, ähm, vielleicht lasse ich den noch ein bisschen auf der Seite liegen. Äh, huch, jedes Mal, jedes Mal. Ich will eigentlich nur die Karte aufmachen. Das ist das in den Büchern. Der Bergkamm, genau das ist das andere Ankerding. Wir haben jetzt alle drei Anker. Auch hier haben wir was Neues. Das schauen wir uns mal an. Oh, hallo, Elfen. Schön, dich zu sehen. Hilsa, bist du das? Äh, bist du aus Kalaklea gekommen, um hier zu helfen? In Tat, ich habe gehört, was passiert ist. Es klingt, als wäre es den Leuten hier noch schlimmer ergangen als uns. Auch wenn es schwer zu glauben ist, Sie mögen körperlich frei sein, aber viele von ihnen haben mental noch einen langen Weg vor sich. Sieht so aus. Ich kenne mich ein wenig mit psychischen Problemen aus und versuche ihnen zu helfen, eigenständig zu denken. Das wäre wirklich toll. Aber wie willst du ihnen helfen? Ganz einfach, indem ich mich zu ihnen geselle und mit jedem Einzelnen spreche, Fragen stelle und schaue, wie sie reagieren und sie berate. Ergibt Sinn. Ich wünschte, wir hätten die Zeit und die Fähigkeit, sowas selbst zu machen. Aber die haben wir leider nicht. Ich behaupte, ich habe zu denken, alles müsstest du dich um alles kümmern. Alles müsstest du dich selbst kümmern, erfüllen. So machst du dich kaputt. Weißt du was? Vielleicht könnten wir uns für eine Sitzung zusammensetzen. Was meinst du? Was? Siehst du wirklich? Ich brauche jetzt so dringend eine Sitzung. Haha, kein Grund. In so eine Abwehrhaltung zu gehen. Ich möchte schauen, wie es dir momentan mental geht. Na gut, also... So. Sicher, mal gucken, wie es läuft. Großartig. Also, ich möchte, dass du mir eine Reihe von Fragen beantwortest, okay? Erste Frage. Denk nicht zu lange nach, antworte frei heraus. Welche Art Astralenergie magst du am meisten? Hm... Ja, Feuer. Okay, wie kämpfst du am liebsten? Jetzt kommt es auf das Game an. Aber bei dem Game spiele ich gerne mit dem Schwert im Nahkampf. Was ist für dich das Wichtigste im Leben? Ja, das würde ich sagen, korreliert. Denn du brauchst aus der Freizeit und mit Freunden was tun zu können. Also, die beiden Sachen korrelieren, meiner Meinung nach, ziemlich stark. Vor dir befindet sich eine Mauer. Was tust du? Äh, ich würde ja keins der drei Dinge tun. Ich würde mir gucken, ob es irgendwo an der Mauern einen Durchgang gibt. Wenn es nur gibt es wo an der Mauern einen Durchgang gibt, dann würde ich gucken, ob ich irgendwie drüber klettern oder zumindest mal drüber sehen kann. Hast du schon mal irgendwelche unheimlichen Stimmen gehört? Ja? Das sind erstmal alle Fragen. Was das Ergebnis angeht, du bist wie ein süßer, unschuldiger Magier. Du hast eine aufrichtige und fröhliche Persönlichkeit, die Leute naturgemäß anzieht. Du weißt, was du in jeder Situation sagen musst, ohne die Gefühle anderer zu verletzen. Auf Vorsicht, manche können hinter Gedanken vermuten. Hey, das stimmt sogar. Wie man das jetzt passiert, das ist mir sogar öfters mal. Dass ich irgendwas sage und alle denken, ey, ich hab da irgendeinen Subtext versteckt. Aber das mach ich nicht, weil ich verstecke meine Aussagen nicht im Subtext. So hab ich tatsächlich nie über mich gedacht, aber vielleicht hast du recht. Hey, dafür bin ich doch da. Wenn du nochmal eine Sitzung brauchst, komm jederzeit wieder zu mir. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es nicht präzise, aber zumindest allen meiner Charakterzüge tatsächlich widerspiegelt. Ich wünsche, dass ich eine Examination bekomme. wenn du so sagst, dann lass mich mal sehen, äh, ja, du bist gut, okay? Wenn nur dein Gehirn mit deinem Mund ne, Mund ist schneller als Hirn. Schon immer gewesen, aber immer so. Äh, ja, äh, hier, da, das Moor und da ist das Vieh. Das überlassen wir mal noch. Ich will nochmal kurz zu den Eulen gehen, weil eigentlich sind wir ja voll bei denen. Ich verstehe halt noch nicht, dass wir dann noch. Wir haben unsere Destination. Okay. Schade. Eigentlich haben wir alle Eulen. Oh. Ja. Äh, ja. Apfelgelee, das ich noch übrig gelassen hab. Äh. Aber hier kann ich hinreißen. What do you say we check back in on the ranch? I've got a good amount of info on our enemies written down now. That's wonderful, Rinwell. I'm sure that data shall prove most useful. I like to think so. If there's anything you want to know, just ask. Schade. Keine Konversation kann ich weiter treiben. Äh. Also das ist noch nicht weit genug weit geschritten, um das wieder zu triggern. It's a brand new day. Hey everyone. Let's greet the Dau... Bauernhof. Also. Pferde. Dann mal Pferde. Ein Schaf. Ein Huhn. Und... Entschwein. Hm. A laudable sentiment. Um. Hey. Is Dauhalims Shirt on backwards? Suffice it to say, Mornings aren't his strong suit. Der hat gut. It's quite hot here. The climate feels different from... Out of my way! You're mine! Muss der da aus dem Boden kommen. Everybody okay? We're all right, Alfin. Wir gehen wieder ganz den Anfang zurück. Da wo wir quasi das Spiel begonnen haben. We're here in diesem Stollen zu mir aufgewacht und sind dann rausgegangen und haben mit Chiron das erste Mal gekämpft. Be on your guard. Nachdem wir uns... So we're back in the Zion-Mine-Tunnels. Who would have thought we'd be going through this place again? This is where you and I first fought together. And also the first time we touched, as I recall. Wait, really? Yes, really. So this path is supposed to take us out to Bergvolcano? We're not going to see any lava burst out in front of us or anything, are we? Don't get so paranoid, you let a rock fall on your head, Laugh. Ja, wer weiß. Uh, it's getting hot in here. Ah, hier kriege ich vielleicht die Materialien, die ich für die restlichen Waffen brauche. Oh, ist denn was für ein Teil davon? So hot. Well, yeah, we've reached the inner portion of Bergvolcano. We need to find that Starship. And fast. Oh, okay. Da gibt's jetzt viele Wege. Ah, Fluchbrecher. Ne, das ist nicht das, was ich suche. Nicht zaubern. Ah, tot. Flammensteine, jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Die geben Flammensteine. Jaaa Boah shit Der flittet mich einfach. Das ist quasi wie Felix Auferstand und direkt auf die Fresse gehen. Koffkleid. Ja, wenn es das beste Kleid ist, dann lache ich aber. Ja, was ist das? Okay. Tja. Wer hätte das denn gedacht? Okay. Den Stern muss man wahrscheinlich auch schon mal kaputt machen. Tja, da kommen wir niemals hochgekleidert. Den Anschein macht es. Überlass es mir. Warte mal, du willst doch keinen Stabhochsprung einlegen, Einlage abliefern, oder? Oh, den Gedanken hatte ich noch gar nicht. Aber tretet nur zurück. Ich kümmere mich drum. Ah, da kann die Ranken wachsen lassen. Ja, machen wir aber gleich. Jetzt mal hier. Oh, Stoffe. Oh, Stoffe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, cool! Warum ist das ja nicht ständig machen? Oh, cool! Immer schön drauf! Er klatscht langsam so richtig So, das sind wieder die Kugeln Out of my way! Not in your dreams! En garde! Take this! Carglin' Cros! To the flame of all yours! You made me angry! That was a bad idea! You picked the wrong fight! Make it right! Commander of Heaven! Phoenix, right up! Yeah! Nice technique! His armor is too strong! Then I'll split it open! Be right again! I'll take you all on! Ha! Flames of Malica! Drop off! Slap! Power tank evil! I can carve through armor! No! Look sharp! Lightning Tiger Blade! No! Here I come! Flaming me! We got through it! We got through it! We got through it! Yeah, fuck! I can't even push it fast enough! Heeeh! Good to know, my training is paying off! My face is starting to... ... ... ... ... ... ... ... ... Here, have some water. Just make sure you don't drink too much. Thanks! Thank you! Go no further! This one's all night! I can't... ... ... This one keeps burning up! That's what I'm aiming for! Come get behind me! Go! I'll leave it to you! I can carve through armor! Can't get out of fit! I can't get out of fit! Your guard hanged so far! It looks like you've got this one! Pops to fall! H ... ... ... Ich will jetzt aber schnell. Sechst und siebzehmer Kombo. Kann man machen. Money. Umgogl, umgogl. Was ist denn der Gruff da? Ja! 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 Das ist alles drin! Ja! Ja! Lass wachsen, Junge! Orangengelee... Äh, halt! Okay. Da können wir hin! Ja! 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 Das Lass ... ... ... ... ... ... ... ... ... So übertruf Und, rauf, rauf, rauf. Na gut, da haben wir was Besseres. Das erste Mal ist das, was wir haben. Besseres ist das, was wir finden. Das erste Mal ist das, was wir finden. Das ist das, was wir finden. Okay. Oh. Das hat so liegt. Was? Was? Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Becci blasen Nice, no scratches on my shield or my armor The Simpsons are more flawless Go no further How do you like being pounded into shape? Ready, prepare to be seen It's weakened It's a win It's a win It's a win I can carve through one In a vine I'll take you all on Sooo, habt ihr was hier verteidigt? Mit da oben Mit da oben Oder zwei Sachen Olden in den Gelee, ja so will ich das sehen Sooo, geht's hier weiter Absoluted? 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 I don't know I didn't know you had that sort of trick up your sleep Dohalene Okay Okay Gehen wir nochmal zurück Äh 158 Zish Das war's für heute. Zack! Real lucky! Bis zu der Sehack! Daumen, das kriegt man euch durch, schnelles Draufhauen. Ich muss nicht mehr so sein, wenn ich das mache. Jetzt! Kommt ihn ab! Kommt ihn ab! Fah! Easy peasy, ha hoodle! gezeigt worden. In der Sicht bis zur nächsten Folge. Tschau!